Herzlich Willkommen bei einer neuen Runde Let's Play League of Legends. Hi, hi. Hallo. Ich habe gerade kurz gestockt, weil ich dachte, die Aufnahme läuft nicht, aber die Zahl ist rot geworden. Der LPR-Fan 001 hat uns aufgetragen, dass ich Karte spiele und Radar drinnen mehr. Hier, Klaus. Das ist nicht viel besser wie ein Tank, ich wollte es nur gesagt haben. Aber das kennt ihr bisher noch nicht, weil die Folgen erst später rauskommt. Aber egal. Sicher ist das besser, es ist kein Tank. Das ist ein Bruiser. Ja, aber... Ja. Dem Ide spiele ich doch nur Wukong und Nasus. Aber gut, ich probiere mal drinnen mehr aus, wird auch nicht so schwierig sein. Ich habe meine, man kann mich nicht killen, Ulti. Das sagst du. Wenn du die rechtzeitig drückst. Ja. Ich drücke die einfach bei 50% danach auf. Ich werde das erst machen, mich in die Base stellen und dann erstmal nur Ulti. Wie ist das bei drinnen? Der hat doch dieses Drehen da, das kam auch über Mauern hinweg, ne? Ja. Okay. Also nicht drüber, da durch. Das würde ja bedeuten, dass wenn ich beim Drachen bin und dann aus diesem Busch da unten, der da zu Lane führt, da durchgehen würde, würde ich ja oben nicht ankommen, weil das müsste ich ja gleichzeitig noch nach oben gehen. Egal, komm. Wir spielen gegen das Verlierer-Team Drunermeer, Eveline, Sixte, Timo und Leona. Und wie man sieht, sind das auch Pre-Mates. Sogar vier. RDG, 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 RDG. Ja, und dann so ein Winners. Und wir spielen mit dem Gewinner-Team, Ash, Drunermeer, Katos, Singed und Leona. Ich hoffe, der Singed ist besser als ich in letzter Runde. Das hoffe ich wirklich. Ich hoffe es, also, ihr habt gesehen, ich darf kein Singed spielen, das ist einfach. Das ist, ich sag nichts, das geht eigentlich nur noch gegen dich, wenn ich jetzt wieder den Mund aufmache. So, wo ist in TS der Mute-Button für Nick? Ich habe übrigens gehört, die Leute mögen das, wenn du mich hier so disst. Ja, das habe ich auch gehört. Ich mag es nicht, also lass es. Ich sage nur die Wahrheit, das ist noch nicht mal richtig dissen. Ich spreche nur die Wahrheit. Es ist halt schwer, schlechter zu sein als du. Mit Sinch. Mit Sinch, ja. Mit Sinch, da... Red ruhig weiter. Ich spiele keine Tanks. Den einzigen Tank, den ich so halbwegs spielen kann, ist Nasus. Und das ist auch nicht wirklich als Tank. Und selbst da fällst du. Na. Weil ein paar Spiele zurückgesehen hast. Ja, ich kann auch mal fehlen. Das tut mir leid. Auch mal? Mit Nasus. Sonst spiele ich mit Nasus ganz gut. Also, wenn ihr was Gutes sehen wollt, Wukong. Oder Morgana. Ja, jetzt kommt natürlich wieder der Kommentar von links. Ich habe es mit Absicht gesagt. Es sind, weißt du, über 60 Champs und du zählst zwei auf. Ich finde das einfach nur so. Weil ich es, äh, die beiden gut kann, wenigstens. Also, ihr wollt, dass ich, ähm, auf Klinge der Unendlichkeit gehe, ja? Was ist dann das erste Item, was ich mir kaufe? Schuhe? Schuhe, drei Pots. Oder Rüstung, drei Pots. Äh, fünf Pots. Jetzt habe ich mir Schuhe gekauft. So, Q ist jetzt was? Ich habe jetzt so einen Idioten bei mir in der Mitte. Wir gehen ja nach unten. Cool. So, was haben wir denn? Nee, oder wo gehen wir hin? Jo. Was für eine Zinsch jetzt in der Mitte? Ja, der spielt halt... Dingens. Der will halt ein Idiot sein. Okay, drei Pots, zwei Mittel. Was soll's? 30 Sekunden bis zum Erscheinung der Verzahlen. Ich bin euer Schlimmstar. Dann soll die ONA top gehen. Naja, die zwei werden wohl die ONA mit. Ich habe den Schimp noch nie gespielt, sonst würde ich ja oben spielen. So, darf ich jetzt mal durchlesen, was ich überhaupt kann? Die Basallen sind erschienen. Aha. Ach, das zweite ist dieses Hühnchen, okay. Ja, wenn die den Rücken zu drehen. Wenn sie mir den Rücken zu drehen, was? Ja. Wie ihr wünscht. Für was will er mich supporten? Dass er... Sein Chat nicht bekommen hat? Dass er ein Noob ist. Wollt ihr ja Kato spielen, oder was? Ja. Ich bin euer Schlimmstar Alptauer. Der wollte Kato spielen. Trillst du drin Support, oder was soll das werden? Ich warte hier, dass ich den hier treffe. Trillst du drin Support ist auch was, oder? Hey. Ja, du wolltest doch nicht, dass ich Support spiele, also. Ich glaube, ich war all Support. Das Problem ist halt, dass der Timo, äh, so Blendpfeile und so, ne? Haben wir überhaupt Jungle? Wir haben Jungle, ne? Ich habe nicht Jungle. Timo? Hätt' ja klappen können. Oha. War knapp, ne? Hast du das gesehen? Mhm. Na. Sehr gut. Ja. So kann ich nichts, nicht viel machen. Naja, jetzt ist er wenigstens weggegangen. Jetzt ist er wenigstens Top gegangen, ja. Wenn du nicht ganz so hart pushen würdest, Sören. Könnten wir vielleicht den Timo kriegen, eventuell. Ja, gut. Und. Naja, es wäre so klar, dass dann wieder die Leona kommt. Das wird ein Gemetzel. Folgt meine Pläne. Klar, war wieder hier. Was, wie oft fangen die denn hier? Ja, ich frag mich auch gerade. Gibt's doch nicht, oder? Äh, nee. Die wollen uns verarschen. So, direkt erstmal ein Vision Ward kaufen. Dann direkt mal hier in den Busch stellen. Ich bin euer schlimmster Alptraum. Ich bin euer schlimmster Alptraum. Was ist weg? Ja klar, hast du mich doch noch öfter. Du hast auch wieder, das ist nicht. Bitte sehr. Ich glaube ich gebe einen weg. Ja toll, ich stehe mein Wort im falschen Boot. Und mir ist miss. Okay. Ich habe ulti. AP Team. Hm, ist AP Team. Ich habe ulti ready, ne? Also. In die Flache. Ulti. Ulti jetzt. Jetzt haben wir wahrscheinlich zwei Heels raus oder sowas. Das hätte doch noch gefehlt, oder? Ja Timo, jetzt bleib da am besten stehen, wo du jetzt bist. Das wäre cool, dann können wir nicht genau sehen. Weil der nutzt deine Unsichtbarkeit nicht, oder? Und mal cool. Ja, war noch nicht ab. Nämlich. Der ist zu weit weg. Verfehlt. Scheiß Blend5. Oh, schade Ich bin euer schlimmster Albtraum Ich brauche etwas zur Ablenkzeitverkürzung, ich brauche mehr Heal Denkaner ist jetzt in der Mitte Ich traue mich nicht mit der Ultien Tower zu tanken, das lass mir lieber, das habe ich noch nie gemacht Probier es einfach, dann lernst du es Ist aber blöd mit Leonas dann Ja eben Oh, da ist sie ja Oh, oh, da ist Evelyn Wollen wir jetzt missen? Oh ne, da ist ja Den habe ich noch mitgenommen Wenigstas Mit Timo oder was hast du mitgenommen? Ja Das ist nicht schlecht, ne? Oder so ein Vision Board ist weg Scheiße, äh Hat dich Evelyn oder Leona gekillt? Oder Timo? Ich weiß es gerade nicht Ich glaube Evelyn Ich glaube Evelyn Ich weiß nicht wo Timo ist, er geht wahrscheinlich irgendwo hier rum Ah da ist er, mit Pilz SS bei mir? Ihr habt immer noch keine Worte bei euch Ich war noch nicht weg hier, Ash hätte den Worte mitbringen können Nö, wollte ich nicht Nö, wollte ich nicht Nö, wollte ich nicht Pass auf, Leona ist dann im Busch Und Pilz ist da auch noch Ich fasse mich Ich bopke mich Ich fasse mich Ich fasse mich Ich fasse mich Ja, noch da Ich fasse mich Ich fasse mich Wollte mir mal mit Also, wenn du dich verdientest Ja, nur die Fälle Dann, die Fälle Okay Ah, zu spät, ich weiß nicht Na, egal. Komm, dann kriegen wir den auch noch. Alles gut. Hast du zwar nicht den Killing, aber esch. Und ich wollte auch mal zurückporten. Jetzt darfst du... Ne, jetzt pushe ich. Da war doch ein Pilz, das hab ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Das ist die Schlacht. Ich vertrau dir nicht. Ich wollte es genau wissen. Oh, ich bin weg. Ich nicht, ich bleib hier. Ich warte jetzt auf die Ash, die mich gleich umhaut. Die Ash? Äh, die Eve. Die Eve ist oben. Ah, dann kann ich ja weitermachen hier. In die Flachen. Lalalalalaaaa. Ist das geworden? Ist das ein Spacken? Ich warte mal kurz ein bisschen was ab, so ein bisschen Gold, ne? So 5. Moment, der Einzige, der rumspackt, ist der cincht. Keine Ahnung, was der macht. Viel Mist. Das wird ein Gemächse. Mist. Mist? Ist uncool. Ne, da ist er. Da ist er. Okay, mein Vision Board hier in die Mitte stellen. Ich hab Ulti, ja. Warum? Ich hab mir Niki. Bitte? Wie lange war es noch bis Ulti? Wie lange war es noch bis Ulti? Wie lange war es noch bis Ulti? 30 Sekunden. 20 Sekunden und der schlägt wahrscheinlich mauele. Da oben Gewiner Lorenzen fest. Fünf Sekunden. Vier. Drei. Bei mir ist wieder Mist. ULTI ist ready. Okay. So, die gehen jetzt gleich auf mich, dann können wir die ULTIs benutzen. Soll ich Timo ulti? Ja, mach mal. ULTI, Katos. Leiker tot, verdammt. Hast den Timo gekriegt, Janne? Ja. Okay. Oh, verdammt, jetzt kommt Ziggs. Du hast nicht Mist angesagt. Doch, hab ich gesagt. Okay. Naja. Ja, sind statt völlig weg. Ich hab Mist angesagt. Wieso kann ich nicht schreiben? Ich werde den ersten Mal auf Ignor. 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 Ach gut. Ja gut, das weiß er nicht, wie du es jetzt angesagt hast, aber... Ja, das ist doch scheiß egal. Es ging ja um euch. Folgt meine Pläne. Ich hab wohl die Lecks hier, gerade. Verdammt. Ich hab wohl die Lecks hier, gerade. Verdammt. Das ist voll ätzend. Er ist wie... das ist wieder bei mir. Ich hab voll die Lecks gerade. Das ist voll ätzend. Evelynn. Aber Orze. Nicht nur Evelynn. Aber jetzt hab ich jetzt endlich wieder. Alter, wie schlafen die hier? Da komm ich auch nicht mehr weg. Da hab ich nicht mehr angesagt, aber ich hab mir noch geschrieben. Ich glaub wir brauchen mehr. Das war das ganze RDG-Team von denen. Alle vier. Mhm. Ich hoffe dir am besten mal für Mitte Wars. Ich mach halt Strag, das war klar. Ja. Mach seinen Mantel an wegen Evelynn. In die Schlacht. Wenn mein Ulti da wär wär, würde ich sie nutzen. Aber ich hab kein Ulti. Oh, wie viele Pilze stehen denn hier? Folgt meine Plinne. Oh, der Teemo ist fast tot. Komm. Ich hab kein Ulti mehr. Ich auch nicht. Boah. Kein Stun bitte, nicht jetzt. Ah. Nicht da durchrennen. Da sind bestimmt irgendwo Pilze. Ich muss weg. Ohne dass ich einen Pilz erwische. Ich geh nicht drauf. Ich lass mich nicht von dir anlocken. Das kannst du auch vergessen. Ah, Evelynn. Ja, ja. Geht's noch? Ich hab's noch runtergefallen. Ja, immer überall. Bei mir ist immer noch nicht. Geh weg, du hast noch weiter. Oh. Ich glaube, ich hab's gefennt. Ich hab's noch runtergefallen. Ich hab's noch runtergefallen. Ich hab's noch runtergefallen. Ich hab's noch runtergefallen. Du sagst mir, geh weg, aber geh weg und du scherbst dann. Ich bin schon lange tot. Ich war nicht die Ohne. Ach so, ach so, ne. Du bist ja gar nicht die Ohne. Ach, ist das schönes Spiel. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Hingerichtet. Das wird ein gemäßes Spiel. Der singt. Das ist echt lächerlich. Wie kann in deren drinnen drei Level über mir sein? Ist doch kacke. Der war unten. Oh, oben alleine. Ach so. Ich bin der schlimmste Alltag. Wenn ich den Falle bewerb, auszetten. Ich bin der Falle im Drang. Ich komme die Ahnung. Was ist dein Schmerz? Dass ich ihn mit und erinnere mich Title übersteigere. Chega, der Falle schmalkackung. Ich bin der Falle nicht zu machen. Die Falle sind. Du bist du morgens immer für die Falle. Du bist. Das ist ein fellowenscheine. Ich bin der Falle. Ja ich geh auch kurz weiter für die Seine bauen Mh mh Ah, Mitte wird gleich down sein Kann davon auch nicht aufhalten Nicht hinterher gehen, nicht hinterher So, der hört ja nicht, der hört ja uns ja nicht Ja, Zwist, dann krieg ich noch ab Ja, ich konnte meine Ulti nicht benutzen Habts nicht genug Mana, oder? Eigentlich schon Timo macht unser Blow Hat er gemacht Ein tolles Game Ja, die sind zu viert Und wir haben so'n komischen Sinch dabei Sinchs sind immer komisch Der erst in der Mitte fahren musste Wir geben aber nicht auf, da kann er sich voll knicken Ich bin euer schlimmster Alp Okay, und? Ich nehme dich Ich nehme dich Ich nehme dich Lalalalalala Ich gehe junglen Muss man das denn schlau deine Gegend drinnen? In die Schlacht! Ein Turm hat einen Turm zerstört. Babylon ist hier. Ah ja, da. Gut. Timo war nicht mehr dabei. Naja. Ich glaube, du kannst früher schlafen. Nee, aber das hatte ich eins. Wir haben gleich zwei. Echt? Das trug früher aus, verdammt. Jetzt werden sie sterben. Ich bin euer schlimmster Alp. Scheiß Pilze überall. Wer? Der drinnen da oben? Killt ihn doch halt. Ja, anscheinend. Ja, Hauptsache im Kill. Wir können doch jetzt nicht Dings machen. Wie man sich das so vorstellen. Ja, ich seh. Die SchlachtflOoh und so? Ja, das ist so. Bei euch ist das nicht da. Oh, das ist so. Das ist so. Also, das ist so. Wie ist das. Wir sind in Dingskarten. Wir sind in Dingskarten. Wern. Wir sind dann. Oh, mal zur Mitte... äh, zum Drachen. Ich kann mal kurz oben laufen Ich kenn den neuen Charm, diesen Six Ich hab den hier zweimal gespielt, ich schrall den noch nicht so ganz Ist aber nicht so schwierig Geht's hin, Chiffen? Ja, wie denn? Oh, ne, ne, ist alle da, okay Wie hier wird Wieso gehst du da jetzt rein? Weil ich wegkomme Was machen die jetzt Blue oder irgendwie? Ich hab meinen Orakel schon recht lange Wie ihr wünscht Oh, da war Kate Kate? Eve? Kate, Eve, alles diese Helm Weißt du doch? Was denn der zinscht? Er farmt Eve Oder ist AFK oder sonst was Oder rennen ein bisschen da durch die Gegend Was denn der zinscht noch so weit rein? Warum rennt der zinscht noch so weit rein? Ja, das hatte ich gerade noch mal nach dem Ulti Interessant, also ich verstehe den... Der Char ist total bescheuert kein Ulti Okay, cool Ja, und? Ich bin euer schlimmster Alptraum Was ist das hier? Ich habe keine Mute, ich habe keine Ahnung mit der Lager Ach keine Ahnung EK Der solltet man einen Baron mal anporten, oder? Also, ein Report kriegt der sowieso Also der singt unsa singt Er connzt der singt unsa singt Naja, tschuldig Er gibt doch sowieso einen Report Der kriegt sowieso einen Report Ahuhuhuhuh Was er da für Scheiße lagert? Außerdem feedet er Die haben mich da weggenommen Boah, Leona Warum gehst du da hinten? Ich bin euer schlimmster Alptraum Wie zieht dein Ulti? Wenn ich das noch ein Kill kriege, das ist auch schön Also Leona kannst du kriegen, mach Ulti Ich hab kein Mana Dein Port zurück, mach Ulti Boah, dein Füppel Die Port wahrscheinlich jetzt auch zurück Ja, wenn du schneller wirst, mach einfach Egal, vielleicht gibt's noch einen Sieh, er musste schreiben, er hat nicht geportet Nö, weißt du? Ah, okay Naja Ich hatte keine Mana mehr Ich hab mit dem letzten Mana halt Den, den Six... Nö, Six Ja Wie ihr wünscht Ich bin euer schlimmster Alptraum Nö, ich bin euer schlimmster Alptraum Nö, durch Q Nö, durch Q Christie Amarna wieder I mö, ich weiß, aber ich spiel sie ja kaum Naja Na, ich spiel sie ja zum, 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 zum dritten, vierten Mal In die Flache! Haha, aber vielleicht von den anderen. Ich meine so, er ist einfach zu gut, er weiß alles. Naja, das kann ich nicht mehr lesen. Achso, ja stimmt. Wir sollen echt mal ein Wort hier aufstellen. Als ob das Blaue noch da wäre. Die sind alle da auf dem Weg hin. Ich komme trotzdem nicht weg, weil ich einfach zu viel geslobt bin. Boah ey. Wie sieht die überhaupt aus? Sind Schulte jetzt zurückgehe und ich dann weiter mit den Spielen. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich weiß nicht, warum er dann da bleibt. Ich weiß nicht, warum er dann da bleibt. Kann fahren. Dem macht es Spaß. Dem macht es Spaß zu sterben. Ja. Zumindest Tix hast du ihn gekriegt. Ja. Wir haben gar keine Ulti gerade. Sollte ein bisschen aufpassen, oder? Na ja, wir waren zu dritt hier. Nein, die Gründe sind sterblich. So viel wie ihr seid zu dritt hier. Ja, guck doch mal auf die Minimap. Ja, guck doch mal auf die Minimap. Ja, aber noch 24 HP, alles ist gut. Schau auf. Timo Komponenten. Wie ihr wünscht. Das wird ein bisschen messen. Williur noch steht da oben von Simon? Na nein, ob die jetzt noch mehr? Komm, jetzt töte ich den letzten wenigstens auch noch. Oh, Tix kommt, Vorsicht. Kein Mann noch mehr. Wie schon. Ich denke dann, er kann seine Ulti ziemlich weit schmeißen. Naja. Oh, was im Game, ich wollte schon lange im Bitz sein. Bum, bum, badadadadada. Fünfzehn zu dreißig. Fünfzehn zu dreißig. Fünfzehn zu dreißig. Fünfzehn zu dreißig. Ich denke, die machen Nescher. Ich denke, die machen einen Break. Ich denke, die machen einen Break. Okay, dann machen sie einen Break. Fünfzehn zu dreißig. 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 Der Gegner hat einen Turm zerstört. Die Oner sollte mal jemanden stunden BAM Was du brauchst ist Last Whisper oder Black Cleaver Dann machst du wenigstens Schaden dann genau neben mir zum Beispiel Ja ich hab noch äh Bis jetzt gerade das erste Item verdient Mein Ash Achso Ein Gegner wurde getötet Ja wenn ich Kohle hätte würde ich das äh gerne kaufen Du wirst sterben wenn Eve jetzt kommt Und Eve wird kommen wenn die dich sieht Ah so Das wird ein Gemetzel Ja 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 Wie ihr wisst. Ich bin euer schnitzender Alptau. Die holen sich sowieso unseren Blau wieder ab. Oh, sie haben einen Nasher, ok. Na, das war ja irgendwie klar. Na, das stimmt. Ich brauch noch 100 Gold, dann kann ich mir ein verdammtes... Ich will mich ein bisschen mehr defend. Ja, das stimmt. Insteigen, weh noch mal. Wup, 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 wup. Ach komm, lass die finischen. Irgendwo findest du drin da? Bescheuert. Aber ich mochte ihn auch nie, also nicht wenn er gegen mich spielt und... Aber eigentlich hat Zinsch dieses Spiel verloren. Ja, sicher. Den mal gefarmt hat, konnten wir ja gar nichts mehr machen. Äh, ja. Den mal die gefarmt hat, sogar. Ja, leider verloren. Was soll's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.